Wellenlänge von Schallwellen Das menschliche Ohre ist für Frequenzen von maximal etwa 16 Hz bis 20.000 Hz empfindlich, wobei die Wahrnehmungsfähigkeit für höhere Frequenzen in der Regel mit zunehmendem Alter nachlässt. Da sich die Wellenlänge proportional zur Schallausbreitungsgeschwindigkeit im Ausbreitungsmedium verhält, hat ein Ton mit einer Frequenz von 16 Hz im Wasser eine Wellenlänge von etwa 90 mm. Der Höreindruck ist von der Frequenz abhängig, nicht von der Wellenlänge in einem Medium außerhalb des Ohrs. Da die Schallausbreitungsgeschwindigkeiten der Medien im Innenohr und damit die dort auftretenden Wellenlängen eines bestimmten Tones unabhängig davon sind, durch welche Medien der Ton das Trommelfell erreicht. Bestimmte Tierarten können auch Schallwellen mit niedrigeren oder höheren Frequenzen wahrnehmen, daher auch Schall anderer Wellenlängenbereiche. ! corroborieren sie dazu! Untertitelung des ZDF, 2020